Das Bewässerungssystem von 1648. Ausserhalb des Raststättenareals am Eingang zum Tegerhardwald erinnern zwei Gedenksteine an ein Bewässerungssystem, welches die wühlenloser Bauern 1648 mit Unterstützung durch einen gewieften Geometer umgesetzt hatten. Noch heute verlaufen einige Waldwege in den einzigen Wasserkanälen. Das Bewässerungssystem diente dazu, Wasser aus dem Furtbach abzuleiten und auf die Felder auszubringen.